Jetzt für euch das Unboxing meiner Hollys allerlei Bestellung. Bestellt wurde mit Versand für rund 25 Euro. Das Paket wurde bereits geöffnet, also schauen wir mal rein. Natürlich gut verpackt, wie man es bei Holly gewohnt ist. Bestellt wurden einmal Feistel Star Kids. Ein Display Mokniko Star Kids. Ein Display Mokniko Silberwirbel. Ein Päckchen Feistel Feuerkreise. Ein Päckchen Kingsplay Logo, sogar Beko Sternthaler. Eine Packung Natamaxiv von Niko mit dem Stern-Logo. Und eine Packung Magic Stars, auch von Beko mit Kingsplay Logo. Gratis habe ich noch etwas bekommen. Mal reinschauen. Und zwar noch eine Mok-Nein-Veko Star Kids. Eine Packung und noch eine Feistel Star Kids Packung. Das war auch schon das gesamte Unboxing. Jetzt folgt noch eine Gesamtjusicht. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.